So Freunde, Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Brave Frontier RPG Ich wollte beim letzten Mal hier die Champion-Camp eigentlich machen, mit unserem schönen neuen Ezzy Level 64 schon 5244 HP, fast die meisten, das ist ja Wahnsinn Nicht übel und hat echt viel Angriff, fast mehr als Wiggle, das ist nicht schlecht muss ich sagen, gefällt mir Ich glaube wir haben fast schon die Kosten erreicht, 80 von 89, wenn ich das gerade richtig gesehen hatte Genau, gegen Ladiatoren muss ich spielen, aber das war glaube ich Wischra gerade gewesen Der ist so uncool, der ist so ein Rainbow Squad Leader Und dann lassen wir die einfach mal kämpfen, wenn es gleich los geht Da geht es los, zwei, okay, leider zwei Pflanzeneinheiten, etwas ungünstig für meinen Ezzy Gut, eines scheint schon mal down zu sein Ja, mein Ezzy hat doch so unglaublich viel Leben, der geht gar nicht so schnell down Das ist so heftig So, da ist der Gottesbaum-Eltrie langsam gleich mal down, da ist er down Bam, bam, der hat um uns gegen die Erdmutter-Idea, war er Ezzy? Der hat sich schon zweimal angegriffen Au, aber trotzdem hält man Ezzy immer noch durch Der ist wirklich sehr, sehr zäh Ja, und das war's gewesen Ähm, die armen Gegner Die werden sowas von auseinander genommen Komm, und Ezzy auch nochmal, oder? Weißt du genau, den, den Skill, den ich eigentlich gesehen wollte, den macht er nicht schade Der hat mich sowas von overkillt, die Gegner Aber der hat nur 1400 Punkte mehr gehabt, tatsächlich 1300 Battle Points Ob das 200 bringt Naja, 130 Läder nur Schade, schade, schade Und dann werde ich ja gleich mal wieder Berserke, brauche ich nicht Ähm, Zeuge sein Naja, würde ich auch nicht Obwohl, die hätte man eigentlich besiegen können Naja, Sefer würde ich auch nicht besiegen, Sefer ist zu stark Ja gut, kann man jetzt nicht so sagen, aber Naja, wir werden, ne auch nicht Das ist auch wieder so ein Rainbow Squad Leader Äh, Lilith ist ein Rainbow Squad Leader Ja, die mag ich nicht Ich bin sehr, 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 äh, wählerisch, was meine Gegner angeht Zumindest was an Profilbild Ich sollte jetzt einfach sehr viel angreifen Scheiß drauf Ähm, ungerne Rainbow Squad Leader sind immer ganz ungünstig Da, kann man die killen Die ist gar nicht so stark Lava ist nicht ganz, äh, zu stark Ähm Ähm Aber da kann ich auch schon wieder so eine Story sehen Wenn ich Rang aufsteige Dann quatscht ich mich nämlich Seria mal zu Bisher hab ich das immer geskippt gehabt Weil da hat sich auch nicht eine Aufnahme drin gehabt Juckt mich halt nicht wirklich Was interessiert schon der Arena-Rang, oder? Auch wenn es Arena-Kämpfen ganz nice ist, muss ich sagen Ach, die haben sogar Magress, wa? Tatsache, der ist aber nicht down Down ist er Gott, Phoenix ist down Und dann haben wir noch zwei von denen Nächste Runde Brave Burst, ohne Ende Nicht sie töten Gut, Überlebens Viele, viele Überlebens Alle Überlebens Drachenwut Okay, da nicht Da kommt Schneebeinung Und kommt Elsie Hau rein Geh doch Donnerstoß Bam Okay, komm jetzt Oh Ja, so ein Effekt danach nochmal Also nicht nur reinschlagen Sondern auch so ein Donner hinterlassen Das war vorher auch noch nicht gewesen So Wir haben gewonnen Erfolg freigeschaltet Gladiator Ranking up Bonus Ein heiliges Spiel erhalten Und jetzt kommt, glaube ich, wieder Seria zum Quatschen, oder? Hm Normalerweise kommt immer Seria Aber dann kommt sie halt nicht Ist ja auch egal Ähm Das müsste Amy gewinnen sein Wobei ich sie hätte eigentlich angreifen können Lorant Näh Bosskeller sind uncool Ach Mensch Da haben wir jemanden ganz einfachen Das ist Shida Ich weiß gar nicht, welche Stufe von Shida Ist das schon die maximale? Werden wir gleich sehen Ähm Würger Ne, ist doch die Die Dreierstufe müsste das sein Würger Shida Die ist also nicht sehr Sehr, sehr tanky Und Elulu ist auch bald da Und ist schon über die Hälfte Dann nebenweg Ja, sollte nicht allzu schwierig sein, ne? Dann Na, das sieht aber knapp aus, wa? Komm, Kikuri. Oh, dann schaust Brave Force raus. Das gibt's doch nicht. Ach, Ezzy, danke schön, dass du mir hilfst. Bam. Ah, der Brave Force gefällt mir. Ich frage mich aber, ob der Super Brave Force das dann erscheint, wenn man Level 100 ist. Oder ob der schon vorher kommt. Ah, wir haben wegen 30.000 gespielt. Wunderbar, haben wir wieder 193 Punkte bekommen. Gefällt mir, gefällt mir. Da würde ich sagen, machen wir der Quest weiter. Wir haben einen schönen Arena. Vielleicht kommt jetzt die Story? Nee, ne? Nee, kommt auch nicht. Was kriegt man denn beim nächsten eigentlich? Sind wir auch schon ziemlich weit von den Rängen her, muss ich sagen. Wir haben hier unten angefangen. Sind jetzt schon hier, was etwa der Hälfte entspricht. Ja, nicht mal die Hälfte. Wow. Ist nicht mal ein Drittel vielleicht. Okay, Dämonische Robi gibt es bei 33.000 Punkten. Dann sind wir ein Champion. Oh, nicht schlecht. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Das Heilige Juwel. Was macht das eigentlich? Jetzt habe ich natürlich wieder Platz an Slots verschwendet. Ich sollte mal ganz kurz die Champion-Excel gleich verkaufen. Stärk alle Verteidigung erhalten und Max-RP um 15%. Was hat man eigentlich mal eine Kikuri aktuell? Kritisch Trefferrate, ne? Achso, Muramasa. Da wurde mir auch empfohlen, das nicht zu nehmen. Deswegen würde ich sagen, zumindest nicht für die Quests. Da würde ich sagen, habe ich das raus und die Champion-Excel ist weg. Die sind Käse. Die brauchen wir dann doch nicht mehr. Gegenstände verkaufen. Und dann nehmen wir uns ganz runter bis zu den Linkscrollen. Da, Champion-Axt für ganze 500 Sell. Wow. Weißt du, Karma hat es gekostet zum Herstellen. Was kriegen wir zurück? Sell. Ganz toll. Ich verkaufe die aber, wenn ich es wieder brauchen sollte, dann... Was haben wir bei der Diebes-Arm-Schiene? War... Und beim Angriff die Drop-Rate für Gegenstände... Brauche ich das eigentlich? Eigentlich nicht, oder? Übrigens wollte ich eigentlich mal letztes Mal auch schon die Gegenstandslings erhöhen. Ne, nicht mal beschwören. Und ich würde auch mal die Verein zu Freunden mitnehmen, die Slots erhöhen für die Gegenstände erstmal. Weil mir das noch ein bisschen wenig ist, 110. Und bauen wir aus. Und mal einen Slot ausgebaut. Jetzt haben wir 150. Wir haben ja noch eigentlich so viele Gems. So, vor allem auf dem anderen Akont habe ich auch noch so viele Gems. Ich weiß gar nicht, was ich damit überhaupt machen soll. Nein, ich werde sie nicht euch schenken. Und mir wurde empfohlen, in der unteren... Oder mir wurde gesagt, in der unteren Reihe der Geschenke... Das sind die, die man nur... Ja, okay, das weiß ich. Ich bin ja nicht doof. Auch wenn derjenige ziemlich herablassend über mich so denkt. Aber gut. Senden, 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 senden Ehrenpunkte. Ich weiß, dass die unteren nur bekommen können. Die oberen könnten wir theoretisch auch durch die Level bekommen. Aber ich will nicht die ganzen Noob-Level farmen. Senden wir den ein. Und da würde ich sagen, machen wir die Quest weiter. Denn wir haben ja noch ein bisschen Energie übrig. Müssen gleich wieder die Dings wechseln, das Team. Neora-Kampffeld. Wen haben wir denn jetzt eigentlich storymäßig hier? Oh. Zebra-Sound, habe ich das Gefühl. Hey, Ducky. Da bist du ja. Da bist du ja schon. Also bei Blue-Sex muss ich mich da angewöhnen. Das aktuelle sind wir ein bisschen langsamer. Schau. Der Eingang zur Geisterwelt liegt genau vor uns. Hey. Diese Götter hat dir erklärt, wie wir in die Geisterwelt gelangen können. Stimmt's? Und wo ist sie? Wie kann sie sich zu einem solch entscheidenden Zeitpunkt abseilen und Unfug treiben? Oh. Oh, verstehe. Aber es gibt keinen Grund zur Besorgnis, oder? Sie ist ja schließlich eine Götte, nicht wahr? Oh, jetzt macht sich die Serie aber richtig Sorgen. Ist ja süß. Ich bin mir sicher, dass sie früher oder später mit diesem selbstzufriedenden Ausdruck im Gesicht hier aufkreuzen wird. Schau also nicht zu bekümmert rein und erfüllt deine Aufgabe. Der Grund dafür, weshalb sie so handelte, wie sie es tat, war, dass sie glaubte, dass du Karte besiegen kannst. Du musst jetzt alles geben. Du kannst dich zulassen, dass all ihre Bemühungen umsonst waren. Sie hat recht. Ich weiß, du machst dir Sorgen, Darkie, aber wir müssen Karte besiegen. Das ist wichtiger als alles andere. Wenn der Eingang zur Geisterwelt auch wirklich offen steht, dann steht uns nichts im Weg, dich auch zu unterstützen. Um der Götter willen tun wir alles, was in unserer Macht steht, um zu helfen. Ich folge einfach nur mit Einweisung von der Beschwörerhalle. Was ich tue, hat nichts mit dieser dämlichen Göttin zu tun. Auf jeden Fall wäre es so abwechselnd mal ganz nett, wenn sie in unserer Schuld stehen würde. Ich schätze, ich werde mich dieses Mal etwas mehr anstrengen als üblich. Na, mach mal. Hey, ich bin mir sicher, dass die Sorge sogar sie wäre angesichts deiner Motivation beruhigt, Seria. Was meinst du damit? Ich würde damit nur sagen, dass es den Anschein hat, als könnten wir auf dich zählen, Seria. Stimmt's, Darkie? Ermutige ihn nicht. Na gut, dann machen wir's auf in die Geisterwelt. Darkie, Seria, auf geht's. Yay, auf in die Geisterwelt. Erinnert mich so ein bisschen an Herr der Elemente. Gibt's da auch eine Geisterwelt. Und Narbe vom Großen Krieg. Dieser Ort wurde einst ein Kampf zwischen Menschen und Göttern ausgetragen. Sogar nach vielen Jahren trägt es noch immer die Narben dieser Tage. So, so. Dann geht es... Jetzt haben wir ganz viele gute Freunde, das gefällt mir. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt für ein Level ist. Wir nehmen einfach mal Chris King mit. Und das Team müssen wir wechseln. Und die Items nachfüllen. Der letzte Kampf hat uns ja schon... Ach nee, haben wir ja schon. Schon ziemlich geschlaucht und da würde ich sagen... Sehen wir uns gleich kurz von dem Bossgegner wieder. Bis gleich. So, beim Bossgegner angekommen. Ich habe gerade gegen eine Drachenmeme gekämpft. Und sie hat fast meine Kikuri getötet. Das ist nicht cool gewesen. Echt, die Drachenmeme sind so geile... Vor allem so geile Gegner. Gegen die spiele ich echt gerne. Weil die echt krass aussehen. Ich würde sagen, wir knocken erstmal die Vampire weg. Weil, sind ja unnötig. Weißt du, wie wir einfach so Anhängsel von denen so unglaublich tanky sind. Bäm, alter. Mega FPS-Einbrüche. Nicht cool. Invasion. Aber du kannst mich auch angreifen, ne? 25.000 Mal. Gefühlt. Schauen wir mal, wie die Vampire down kriegen. Oder ob wir an denen irgendwie schon scheitern. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ne, doch wieder nicht. Hör mal auf in dem AOE Brave Pass. Das ist nicht cool. Vor allem, wir können 10.000 Mal angreifen. Achso, das ist ein Himmels... äh... Dingens. Äh... Donnerkrieger. Oder Donner-Einheiten. Vor allem, wie soll ich die Daumen kriegen? Pro Runde ziehe ich den... Na gut, ich ziehe den schon eine ganze Menge ab, aber da sind ja mehr davon. Das ist ja mehr zu einer Einheit davon denen. Auf jeden Fall können wir nächsten Runde den Brave Pass von Claris benutzen. Den ich ja schon ein bisschen gelevelt hab von BB her. Wow, ich bin sowas von tot. Oder auch nicht. Huh. Das ist zum Glück kein AOE Brave Pass. Das ist schon mal gut. Ähm... Ja, da hat er Rickle und Reese zwar... Ich glaube, nur Rickle angegriffen. Reese hat's, glaube ich, nicht getroffen. Wäre's AOE gewesen, wäre es echt schlimm. Drachen in Richtung Invasion. Bäm. Hatte ich nicht beim Wundertotem schon gesagt, dass AOE Brave Burst langweilig sind? Dass das Spiel nur an Schwierigkeit gewinnen, können wir die Gena nur AOE Brave Burst casten? Ich glaube, daran kann ich mich dunkler erinnern. Ich glaube, der Vampir ist immer noch nicht tot, wa? Das ist lächerlich. Lächerlich wie viel da durchhält. Okay. Okay, Doppelbogen auf wen? Um scheinbar Kikuri gewesen zu sein. Ah, komm, setz mal in Gottes Sicht ein. Wir werden die zweiten Vampir gleich mal zu Tode prügeln. Vielleicht wird er schon direkt paralysiert, das wäre total geil. Ah, ist aber auch schade. Was mich hier die ganze Zeit auch fragt, wie sollte man das bitte ohne einen Leader-Skill oder ohne einen Leader schaffen, der diese Digit-Status-Effekte-Fähigkeit hat? Ich meine, das ist doch unmöglich. Weil ich habe ja jetzt schon fünf oder, ja gut, vier Heilungen und eine Verteilung. Da war ja so recht defensiv. Und wenn man jetzt noch so was wie... Weil du weißt ja nicht, was da ankommt. Das heißt, du musst immer auf Zufall machen, Dings dabei haben, Gegengift und Anti-Tunikum und Anti-Fluch und wie das alles heißt. Wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wie man das schaffen soll. Wie man da das Spiel gewinnen soll. Vielleicht muss man jedes Game dann immer wieder 10.000 Mal machen oder jede Runde. Um Glück zu haben, dass die Gegend nicht allzu viele Brave-Bursts benutzt. Oder dass man immer die richtigen Items dabei hat. Aber ich meine, sonst schaffen wir das doch gar nicht. Und ich wette mit ein schöner Prozent, ich wäre jetzt schon mindestens 1.000 Mal paradisiert gewesen. Durch diesen Angriff, den er gerade macht. Weil er mich 5.000 Mal angreift und verflucht und was weiß ich, was ihm noch alles gewesen wäre. Ach, jetzt habe ich ihn zu oft angegriffen, wa? Das ist sehr ärgerlich. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt hat er ja nur noch zwei Gegner hier. Feuerräter, Agni und irgendein komischer Donner-Typi. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm, ja, Kikuri, Brave-Burst. Die machen Schaden. Sehr, sehr viel Schaden. Obwohl, ja, eigentlich nicht. Eine Kikuri ist fast da und zwar, aber egal. Die heilt sich dann schon wieder hoch. Die kann das ab. Ah, der lebt noch. Fuck. Ja, ich trottel. Ich trottel. Na, ist aber egal. Äh. Ich habe jetzt gegen Donner gekämpft mit zwei Eingriffen. Obwohl ich hätte Eishauten benutzen sollen. Egal. Himmels KG Falmer. Himmels König in Falmer höchstwahrscheinlich. Oder König. Weiß nicht. Falmer. Klingt eigentlich weiblich. Aber vom Aussehen her sieht das aus wie ein Kerl. Minimal. Und besiegt. Und kriegen wir was? Leider nicht. Gut, jetzt sind alle Brave-Burst ready. Fast alle ready. Ganz toll. Jetzt brauchen wir die aber auch nicht mehr. Ich habe schon wieder so viele Items ausgegeben. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Naja. Auf jeden Fall 26.000 Gold wieder dazu. Es gibt echt viel Gold, muss ich sagen. FT Sell. Ach ja, genau. Gegen Drachenmeer. Wie gesagt, habe ich auch gekämpft gehabt. Habe ich sie besiegt. Es war eigentlich kein Problem. Ich habe fast nur gestorben und habe ganz viele Brave-Burst benutzt. Aber egal. Kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt wieder immer nur eins geschafft, weil ich finde... Okay, wir haben Arena-Kampf noch zugemacht, sonst hätten wir wahrscheinlich zwei geschafft. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal von Brave Frontier. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.